Hallo und herzlich willkommen bei Speck Pumpen. Heute dreht sich alles um eine sichere Wasserversorgung. Ich freue mich, dass unser Produktexperte Elias Fink Ihnen die Besonderheiten der Unterwasserpumpen vorstellt. Alle Unterwasserpumpen der Baureihe SUPS sind aus Edelstahl gefertigt. Das gewährleistet Korrosionsbeständigkeit. Die 3 Zoll Unterwasserpumpen haben einen Durchmesser von 76 Millimeter und einen integrierten Frequenzumformer. Diese Pumpe passt in jeden kleinen Brunnen und die dazugehörigen Beregnungspakete sind ebenfalls erhältlich. Sozusagen für einfache Anwendungen im Bereich der Gartenwasserversorgung. Und wenn es ans Eingemachte geht? Dann kommen die robusten 4 und 6 Zoll Pumpe zum Einsatz. Ob Wasserversorgung aus privaten Brunnen, Sportplatzbewässerung oder die Realisierung einer Gemeindewasserversorgung. Alles ist möglich. Wir passen unsere Produkte an die Bedürfnisse der Kunden an. Langlebig und korrosionsbeständig. Und wie sieht es mit Zubehör aus? Auch hier haben wir an alles gedacht. Das Zubehör zum Aufbau einer kompletten Wasserversorgungsanlage können wir auf Wunsch problemlos mitliefern. Das Besondere dabei ist, wir fertigen unsere Steuerungen selbst, was uns extrem flexibel macht. Alles aus einer Hand. Und alles ab Lager lieferbar. Technisch gut beraten und aufeinander abgestimmt. Da kann nichts mehr schief gehen. Wenn ich unsere Kunden und Partner frage, was sie an Unterwasserpumpen von Speck schätzen, was bekomme ich da zu hören? Unsere Partner schätzen die gute Beratung von A bis Z. Hochwertige Produkte zu fairen Preisen, schnelle Reaktionszeiten und auf den Kunden abgestimmte Systeme. Also eine rundum perfekte Lösung für Ihre Wasserversorgung. Sie wollen mehr erfahren? Unsere Vertriebsexperten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an.